Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 10. Oktober mittlerweile schon, 2022, ihr hört die Geek Talk Daily 1258 und heute, wenn es die Stimme zulässt, haben wir die folgenden Themen, YouTube, WhatsApp, klassische Musik, iPad Mini, Huawei Mate 50 Pro, Hero Fest, iConnectHU und Facebook. Ich starte gleich in die Themen und schicke voraus, dass ich hoffentlich diese Woche jeden Abend eine Episode aufnehmen kann. Ich kann es aber nicht versprechen, denn die Stimme und generell die Gesundheit ist so ein unschönes Ding. Aber ja, 4K bei YouTube. Seid mal ehrlich, wie viel mal, wenn ihr YouTube konsumiert, verstellt ihr die Auflösungen? Ich für mich, in meinem Fall, wenn ich es nicht im Hintergrund irgendwas konsumiere, schaue ich da gerne immer mit der höchsten Auflösung, die mir YouTube zur Verfügung stellt. Warum ich das mache? Keine Ahnung, teilweise, weil ich die gut gemachten Bilder auch richtig sehen mag. Das andere sicherlich, weil es die Datenraten hergeben, also die Möglichkeit besteht. Aber dafür könnte bald sein, dass ich zum Premium wechseln müsste. Und da hatten wir schon vor kurzem mal in der Geek Talk News Episode, wo es um das Thema ging. Etwas, wogegen ich mich sehr sträube. Ich bin gespannt, ob das kommt. Nämlich erste Nutzer gibt es schon. Anscheinend ist YouTube fleissig am Testen. Die beim Auswählen nur noch bis 1440p gehen können. Und wenn sie drüber möchten, steht Tap to Upgrade. Na dann, wir werden es sehen, liebes YouTube. Cash Cow Malken. Milliardenstrafe bei US-Banken und das finde ich schön. Weil die Mitarbeiter WhatsApp genutzt haben. Ich sage es immer wieder, nutzt diesen Crap nicht. Aber das tun es noch ganz viele Menschen da draussen. Unter anderem sollten das aber Bankenmitarbeiter zum Beispiel nicht tun, wenn sie über Wertpapiere kommunizieren. Das ist aber leider bei insgesamt, ich glaube, 15 Banken und Brokern passiert. Zumindest die, die sie erwischt haben. Und die dürfen jetzt jeweils 1,1 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Weshalb kommt das? Das ist ein Verstoss gegen das amerikanische Wertpapiergesetz. Denn da das besagt, dass Mitarbeiter nicht über Messenger, über solche Themen kommunizieren dürfen. Das muss über interne Lösungen funktionieren und somit dann eben auch richtig verschlüsselt sein. Dann gibt es Neuigkeiten. Achtung, Gerücht zu Apple. Apple könnte nächstens schon die Musical Classic oder die Music Classic App online bringen, auf die ich mich schon lange freue. Im letzten Jahr hat Apple Prime Phonic übernommen. Und damals hiess es, dass man mit dem Dienst sein eigenes Angebot an klassische Musik ausbauen möchte und da eine separate App bringen will. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Ich nutze nämlich sehr gerne klassische Musik. Immer wenn ich schreibe für meine Blogs etc. Dann habe ich, oder immer nicht, aber vielfach, meistens habe ich klassische Musik im Hintergrund. Und das wäre sehr, sehr praktisch. iPad Mini in der sechsten Generation. Das Neuigkeit daran, das ist das Gerät, was letztes Jahr vorgestellt wurde, ist, dass Apple neu nicht mehr das komplette Gerät tauscht, wenn ein Akkuproblem da ist, sondern jetzt den Akku ausbaut und den neuen verbaut. Finde ich sehr sympathisch und bin gespannt, wie das dann mit anderen Geräten so weitergeht. Auch hat in den letzten ein, zwei Wochen, und ich glaube, ich hatte hier in der Daily nicht darüber berichtet, Huawei sein Mate 50 Pro vorgestellt. Ein Gerät, das zum Sabbern anregt. Die einen oder anderen mögen es nicht, weil kein Google auf dem Android mit dabei ist. Für mich, wie ihr ja wisst, gar kein Problem. Ich nutze gerne die Huawei Smartphones. Was vor allem spannend ist an dem Teil, ist die Kamera. Denn da ist nicht eine Softwarelösung, sondern eine Hardwarelösung bei der variablen Blende. Zum Verstellen zwischen F1,4 und F4 könnt ihr eben in einer physischen Version wechseln. Das funktioniert mit einem, sonst nur im, ich glaube aktuell ist Sony Xperia Pro 1, das es kann, und irgendein Samsung-Gerät. Also sehr, sehr, sehr spannend klingt das Ganze. Es hat natürlich kein 5G drin, kann man verschmerzen. Hat EMUI 13 mit drauf, das ist das erste Gerät, was EMUI 13 bekommen wird. Und das Schöne ist, es kommt auch hier in die Schweiz. Was es leider hier in der Schweiz nicht hat, das hat mir Huawei Schweiz schon bestätigt, ist die Corning-Glas-Version. Denn auch das darf Huawei, wie auch 5G zum Beispiel, oder eben die Google-Dienste nicht nutzen. Ja, da nutzen sie die Alternative aus China, einer Kumlun, doch Kumlun war es, glaube ich, das Glas, was sie darauf verbauen. Und das kommt leider bei uns in der Schweiz nicht zum Einsatz. Sehr, sehr schade. Am kommenden Wochenende habt ihr in Bern, wenn ihr aus der Schweiz stammt, umgegen von Bern, aber man kann auch von weiter her anreisen, logischerweise, das Hero Fest, was ich sehr empfehlen kann. Ich besuche das jeweils immer mit meiner grösseren Tochter, manchmal noch an einem zweiten Tag mit meiner zweiten Tochter. Dieses Jahr wird es auch ganz sicher wieder, zumindest die Gesundheit, ihr wisst, aber ganz sicher wieder mit uns stattfinden. Wir werden da wieder vorbeigehen und schauen, was es alles Mögliche gibt. Wer auf eSports, Cosplay etc. steht, der sollte da vorbeigehen. Es werden etwas um die 17'000 Besucher erwartet. Oder besser gesagt, damals zum Start hatten sie 17'000 Besucher. Mit ihm in der neuesten Version dürften es ein bisschen mehr sein. Und die Fläche hat sich auch wieder vergrössert. Ich freue mich schon sehr darauf und bin gespannt, was wir da alles sehen werden aus der Fantasy-Welt. Und auch gespannt bin ich auf die Switzerland. Das war im letzten Jahr die grösste Land-Party. Ich weiss gar nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber auch da werde ich sicherlich ein bisschen reinschauen, weil sehr, sehr interessant. Und früher war ich auch fleissig an Land-Partys unterwegs. Dann gibt es Neuigkeiten von iConnect Hue. Die beste App, wenn ihr Philips Hue nutzt. Die Birnen aus dem Hause, mittlerweile eben nicht mehr Philips. Aber Signify, welche das ja vor einigen Jahren übernommen und integriert haben, in dieser Version habt ihr, wie immer, wenn es Herbst ist, wenn es Richtung Halloween geht, auch die Möglichkeit, unter anderem Halloween-Lichter zu erzeugen. Mit den LED-Stripes oder anderen Leuchtelementen aus dem Hause Philips Hue. Auch wurde das Discotainment verbessert. Es gibt flüssigere Visualisierungen. Das Funkeln kann man bis um 400% verstärken. Und noch ein paar weitere Geschichten. Auch sehr spannend, das Ganze, was ich jetzt aufgezählt habe, und noch einige Punkte mehr, sind kostenlos zu haben. Und dann gibt es auch für diejenigen, die ein bisschen was bezahlen, also die Pro-Mitglieder, die haben dann noch zusätzliche neue Funktionen, unter anderem eben Halloween. Und da freue ich mich schon wieder drauf. Dieses Update ist kostenfrei. Zu guter Letzt gibt es wieder mal hässliche Neuigkeiten aus dem Hause. Facebook, ja, was können die vermelden? Facebook hat 400 Android- und iOS-Apps identifiziert, die eine Login-Schnittstelle für Facebook nutzen und die sie missbraucht haben. Ich sage ja hier im Podcast, im Blog und überall in diesem Internet immer wieder, nutzt nicht die Möglichkeiten von Google, von Facebook etc., um euch einzuloggen bei Diensten. Macht das über eure E-Mail-Adresse, denn die jeweiligen Plattformen müssen denn Dinge nicht mitbekommen in anderen Apps, die ihr so treibt. Und dann hättet ihr das getan, würdet ihr jetzt auch nicht vor einem Problem stehen. Vor einem Problem stehen, Nutzer, die Spiele nutzen, Fotoverarbeitungs-Apps, VPN-Dienste und geschäftliche, also Business-Apps. Am meisten betrifft es Fotoeditoren. An zweiter Stelle kommen dann die Business-Utilities und die Phone-Utilities. Dann kommen die Games, VPN und Lifestyle am Schluss. Was haben die Apps getan? Ja, die haben halt einfach mitgeschnitten, wenn ihr euch über Facebook angemeldet habt. Sollte es bei euch passiert sein, dann sollte Facebook dich darauf angesprochen haben, in Form von einem E-Mail und oder in der App mit drin. Denn generell, auch wenn das nicht passiert ist, mein Tipp gerade jetzt und sofort, ändere mal dein Facebook-Passwort wieder mal und auch aktiviere die Two-Step-Verification, denn dann können solche Dinge weniger schnell passieren und oder haben darauf keine Auswirkungen, weil dann die Büswichte zwar deine Passwörter und E-Mails abgegriffen haben, aber nicht reinkommen wegen dem Two-Step-Verification. Und deshalb, genau deshalb ist es wichtig, dass ihr nicht überall die gleichen Passwörter verwendet, denn würdet ihr das tun, hätten sie dann doch eine Geschichte, die sie weiterbringt. Also in diesem Fall, seid vorsichtig unterwegs, macht mehr Backups, auch das wieder mal zum Wochenstart und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Wie gesagt, diese Woche kann ich nicht jeden Tag versprechen, auch diese Episode hatte vier Anläufe, bis alles im Kasten war. In diesem Sinne, bis bald, euer Puckipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.